Simulationsspiele wie der Microsoft Flight Simulator machen erst so richtig Spaß mit der richtigen Ausrüstung. Ich habe mir dafür das Turtle Beach Velocity One Flight Deck besorgt und werde es jetzt mit euch ausprobieren. Das Velocity Flight Deck One besteht aus einem Steuerknüppel und einem Schubhebel. Beides zusammen kostet 400 Euro, das ist natürlich ein ordentlicher Preis. Beides wirkt aber auch sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben sowohl in dem Stick als auch in dem Schubhebel Haul-Effekt-Sensoren. Das heißt, die sind besonders langlebig und sie sind in der Theorie nicht anfällig für Stickdrift. Das ist gerade beim Joystick sehr, sehr wichtig. Beide Sachen sind relativ einfach mit dem PC über USB verbunden. Das heißt, wir haben hier vorne einen USB-C-Anschluss, der geht in einen USB-A-Anschluss. Da ist ein Adaptor-Kabel schon mit dem Lieferumfang enthalten. Und wir haben auch sechs Schrauben, wo wir das Ganze an unser Rig zu Hause oder eben an den Gaming-Schreibtisch befestigen können, damit es auch wirklich fest ist. Beide haben auch wirklich ein relativ ordentliches Gewicht. Das heißt, man merkt da auch schon so ein bisschen diese gesamte Wertigkeit. Wir sehen halt diese ganze Beleuchtung. Die lässt sich in der zusätzlichen Turtle Beach Software eben anpassen. Da solltet ihr auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Beide Geräte bekommen natürlich regelmäßige Software-Updates, damit auch alle Knöpfe funktionieren. Wir können auch dieses Touchpad anpassen, die Tasten anpassen, die Todzone des Sticks. Das können wir alles in dieser Software wunderbar anpassen. Am Anfang mag es einige Anfänger vielleicht erschlagen. Aber wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, ein bisschen reinschaut, dann findet man alle wichtigen Funktionen eben mit dabei. Ich hatte noch ein kleines Problem am Anfang. Und zwar sind die Firmware für beide Geräte separat. Das heißt, sie werden beide separat erkannt, lassen sich auch beide separat quasi benutzen. Und für jedes muss man ein Update machen. Und bei dem Stick war das so, während des Update-Vorgangs wurde es einfach abgebrochen. Da hatte der PC irgendeinen Fehler erkannt. Und als ich den Stick wieder angeschlossen habe, hat er vibriert, wurde nicht wirklich erkannt. Und ich habe dort eben im Internet gelesen, dass man den Stick erstmal mit dem USB-Anschluss quasi trennen soll. Dann eben diesen Stick hier reindrücken muss. Diesen B3 quasi gedrückt halten muss. Und dann wieder mit dem PC verbinden muss. Dann hat sich der Update-Prozess gestartet. Und dann hat alles wieder wunderbar funktioniert. Also wenn ihr diesen Fehler habt, gesagt wird, der Stick wird nicht richtig erkannt. Er sitzt nicht richtig auf dem Sockel oder sonstiges. Einfach B3 kurz gedrückt halten, an den PC anschließen. Und das hat, wie gesagt, zumindest bei mir geholfen. Schauen wir uns den Stick etwas genauer an. Wir sehen hier schon, wir haben einige haptische Tasten. Wir haben hier einige Schalter, die zum Teil auch eben einrasten. Also dieser B8 rastet quasi in drei Positionen ein. Wir haben hier einen Drehregler. Wir haben hier einen kleinen Schubhebel, der auch nochmal dafür gedacht ist, dass ihr das Fahrwerk zum Beispiel ein- und ausschalten könnt. Und wir haben hier sämtliche Sticks, die sich eben auch frei belegen lassen. Wir haben hier einen kleinen Schalter, der sich umlegen lässt, wo man quasi dann den Stick als Maus benutzen kann. Er wird eben bei Windows wie als Maus erkannt. Und wir haben natürlich einen Feuerknopf hier natürlich sehr präsent, wo wir eben Raketen zum Beispiel drauf abschießen können, wenn wir ein entsprechendes Spiel haben. Wir haben hier einen weiteren Feuerhebel. Der ist auf zwei Weisen drückbar. Und zwar einmal drückt man ihn leicht rein. Da hört ihr es schon klicken. Und wenn man ihn ganz durchdrückt, klickt es nochmal. Das sind quasi zwei Tasten, die da mit dabei sind. Achtet darauf auf jeden Fall drauf, wenn ihr die Sticktasten alle belegt. Wir haben hier einen Hebel, der sich auch nochmal reindrücken lässt. Und wir können den Stick auch nochmal etwas in der Höhe anpassen. Da drücke ich hier einmal diesen kleinen Knopf hier drauf, wo extra Hide Adjust draufsteht. Und dann können wir ihn etwas rausziehen, etwas reinziehen. Je nachdem, wie ihr ihn eben an eurer Hand anpassen möchtet. Hier oben ganz prominent haben wir natürlich auch eine kleine Anzeige, ein kleines Display. Das gibt zum Beispiel Auskunft, wie der Trimmer gerade eingestellt wird. Also wenn ich jetzt dieses kleine Rädchen drehe, seht ihr, wie sich diese Zahl verändert. Also wie der Trimmer eben eingestellt ist. Das ist natürlich super, wenn man halt eben nicht nur auf die Anzeigen gucken möchte im Flugzeug oder die vielleicht nicht gerade findet. Auf den ersten Blick manchmal ist es so ein Cockpit sehr verwirrend. Und hier hat man dort eben die direkte Anzeige mit dabei. Das kleine Display lässt sich natürlich auch anpassen in der Turtle Beach Software. Wir haben dort drei Presets, die vorgespeichert sind. Einmal ist ein Kampfjet, ein Raumschiff und ein normales Passagierflugzeug. Ihr könnt das aber natürlich auch komplett selber anpassen vom Stil her. Das sind aber so die gängigen vorgegebenen Stile, die eben von Turtle Beach schon mit dabei sind. Wir werfen ja nur einen Blick auf den Schaltknüppel. Der ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Insbesondere, weil wir hier ein anpassbares Touchpad haben. Das lässt sich eben auch schon in der Software einstellen. Das hat mehrere Bildschirme. Wenn wir hier zum Beispiel durchdrücken, die verschiedenen Knöpfe, Schalter, könnt ihr, wie gesagt, alles komplett frei antasten und euch die wichtigsten Befehle eben auch nochmal hier mit drauflegen. Sonst haben wir natürlich vorne eine Reihe an Schaltern. Wir haben hier ein Rädchen. Wir haben hier einen weiteren Joystick. Hier an der Seite noch weitere Joysticks, weitere feste Tasten, die wir mit dabei haben. Und das Besondere jetzt auch nochmal bei dem Stick selber ist, der rastet in verschiedenen Positionen ein. Das heißt, wenn wir halt eben bei einer verschiedenen Schubeinstellungen haben möchten, das ist gerade zum Beispiel bei einem Airbus der Fall, wo wir eben den etwas stärkeren Startschub haben und dann eben umschalten möchten auf den normalen Flugschub, ist das ja eben auch alles möglich. Und wenn wir zum Beispiel eben zwei Motoren haben oder eben zwei Turbinen, die wir separat auch noch steuern möchten, drückt man hier einmal kurz an der Seite und kann auch noch den Stick eben dementsprechend einstellen und sagen, okay, ich möchte auf der rechten Seite mehr Schub haben als auf der linken Seite. Das ist wirklich sehr, sehr cool und habe ich so auch noch nicht bei einem Schubhebel gesehen. Und wenn man jetzt denkt, diese Fire-Taste, wofür ist die denn gedacht? Ja, ich habe das ausprobiert während des Flugs und da sind die Motoren auf einmal ausgegangen. Also es ist quasi der Notaus für die Flugmotoren, für die Turbinen. Und das ist natürlich auch sehr witzig. Ich würde sagen, wir werden ohne Umschweife einfach direkt in den Microsoft Flight Simulator starten, danach vielleicht noch ein bisschen Star Wars Squadron spielen und danach sage ich euch, wie es mir gefallen hat und werde euch meine Testantrücke schildern. Also ich muss sagen, mir hat das eine Menge Spaß gemacht. Gerade der Flight Simulator musste ich gar nicht viel in die Einstellung gehen. Da waren viele Tasten schon vorher belegt. Wir hatten halt, wie gesagt, auf diesem Scheiterchen schon das Fahrwerk, was wir ein- und ausklappen konnten. Und das ist einfach ein sehr, sehr cooles Gefühl, dass man eben nicht nur einfach nur ein Knöpfchen drückt oder eben die Maus betätigt, wenn man eben mehr Schub geben möchte, sondern einfach dieses Gefühl hat, diesen Schubhebel nach vorne zu drücken, diesen Widerstand hat. Da muss man auch jetzt nicht sich auf viele Anzeigen im Cockpit zu konzentrieren, weil das wirklich sich sehr intuitiv anfühlt. Der Stick hat viele auch sehr kleine Eingaben übernommen und auch sehr präzise übernommen. Das heißt, da mussten wir auch nichts weiter an der Empfindlichkeit umstellen. Was mir noch aufgefallen ist an dem Stick, was ich dann erst später bemerkt habe, ist, dass man ihn auch noch eben seitlich drehen kann und auch drehen muss, gerade wenn man am Boden ist und über die Landebahn rollt. Dafür ist diese Steuerung gedacht. Bei Star Wars Scrodons, muss ich sagen, muss ich mich ein wenig in den Einstellungen durchfuchsen. Glücklicherweise gibt es dort eine angepasste Controller-Steuerung, an der kann man sich so ein bisschen orientieren und eben diese vielen Tasten des Flightdecks eben nutzen und sich das eben vereinfacht umstellen. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich es einmal mit Gamepad durchgespielt habe und jetzt auch noch mal ein bisschen gespielt habe mit dem Flightdeck, muss ich sagen, mit dem Flightdeck macht es einfach wesentlich mehr Spaß. Kommen wir zu einem kleinen Fazit von meinem Praxistest. Und ich muss sagen, mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dem Velocity One Flightdeck zu zocken. Ich kann ihn auch wirklich jedem empfehlen, der wirklich viel den Microsoft Flight Simulator spielt oder auch Star Wars Squadrons oder auch Elite Dangerous. Es macht einfach wirklich viel mehr Spaß. Man hat dieses Gefühl, diesen Schubhebel, der ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet, wirkt sehr hochwertig verarbeitet und man muss nicht ständig irgendwelche anderen Tasten drücken. Wir haben eine wirklich große Auswahl an Tasten. Die muss man sich auch ein wenig erstmal selber belegen. Das heißt, für Anfänger kann es ein wenig erschlagend sein. Die Turtle Beach Software nimmt einen gut an die Hand, könnte aber auch ein paar Sachen einfach mehr erklären. Und ich würde sagen, aktuell ist es einer der besten Joysticks, die ihr auf dem Markt bekommt. Wie gesagt, bedenkt, den Preis für 100 Euro ist jetzt nicht gerade wenig, aber wer wirklich regelmäßig damit zockt, wird sehr, sehr viel Spaß damit haben. daten können auch